Und damit herzlich willkommen zu diesem Vlog Lego im Juni 2020 bei mir, dem Philipp Drachenberg. Ja, und jetzt sehen wir mal, was ich hier so gemacht habe. Ja, zugelegt habe ich mir hier diese Captain Rex Phase 2 Figur. Also zuerst habe ich die Figur gekauft, so wie ihr rechts auf dem Bild seht. Bloß, dass das linke blaue Polster mit dabei war. Das rechte blaue Polster, das linke Teil, habe ich dann extra gekauft, weil es so billig war. Hier Brick Owl, bei dem habe ich das gekauft. Unbezahlte Werbung übrigens. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Dann habe ich natürlich dort auch noch mehrere Teile gekauft. Und zwar folgende Teile, falls es euch interessiert. Das sind lange noch nicht alle Teile, die mir fehlen. Aber zu dem kommen wir nachher nochmal. Hier seht ihr die Teile nochmal auf dem Foto, die ich gekauft habe. Ich bin jetzt fast über eine Stunde hier an dem Video gesessen, damit ich das gescheit hingebastelt bekommen habe. Und ja, das ist ja jetzt hier das Ergebnis. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Das ist sehr wichtig für euer Kanal. So. Hier seht ihr kurz die Dinger durchlaufen. Lego-Teile, Listen. Das habe ich natürlich auch in der Zeit gemacht. Ich bin noch lange nicht fertig. Also alle Schriften, die rot sind, die Teile habe ich schon gekauft. Wenn ihr jetzt so richtig viele nebeneinander seht, liegt es daran, dass es so viele sind, dass es sich nicht lohnt, das Set zu kaufe. So. Aber im Gegensatz zu dem hier. Trouble on Tatooine. Ja, genau. Und dieses Set hier. 94, 94 Anakin. Starfighter in den Scepter habe ich mir natürlich auch noch zugelegt. So. Hier seht ihr mal kurz mein Regal. So sieht es gerade bei mir aus. Figuren und alles andere habe ich auch noch woanders versorgt. Aber dazu kommen wir gleich auch noch im Video. So. Die Dinger. Hier habe ich natürlich auch. Also die Kartons meine ich natürlich. Die habe ich jetzt hier. Unbezahlte Werbung auf Ebay ersteigert. Das rechte Set. Das ist natürlich sehr cool. Ebay Kleinanzeige kann ich euch natürlich auch empfehlen. Unbezahlte Werbung nochmal. Und ja. Genau diese Esso-Katano-Figur habe ich natürlich auch dort gekauft. Die habe ich billig bekommen. Und das ist natürlich auch schön. Weil so konnte ich mir jetzt ziemlich viel zulegen. Was mich natürlich aufreut. Weil der Wert nämlich auch steigt. Möglicherweise. Dann kommen wir jetzt hier zu meinem Vitrine. Die ich selber gebaut habe. Aus den Ferrero-Rochet-Dinger dort. Ja. Ihr seht es hier gerade. Wie ich die aufgebaut habe. Zeige ich euch gleich auch. Aber jetzt könnt ihr euch kurz die alle ansehen. Also Harry Potter und Star Wars habe ich gemacht. Rechts im Eck. Wie ihr vorhin gesehen habt. Sind noch welche gestapelt. Weil ich nicht genug von den Verpackungen dort habe. Die ganze optimale Lösung ist natürlich nicht. Und ich habe hier die Regel benutzt. Dass immer ein Noppe hinten und vorne sein muss. Und ja. Hier seht ihr das. Mit der 3021 habe ich das gemacht. In unterschiedlicher Farbe. Lasst ein Like und ein Abo da. Damit ich noch mehr solche aufwendige Videos machen kann. Ciao. 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 Ciao.